Was geht ab Leute, euer Frapses hier. Heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video ausnahmsweise mal kein Fortnite oder sonstiges, sondern heute in dem Video gibt es ein Need for Speed Video für euch. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wie ihr am besten an Geld kommt und wie ihr am besten levelt und natürlich so schnell wie ihr euch das Spiel durchspielt. Ich würde aber sagen vorne, bevor es da überhaupt losgeht, lasst mir natürlich gerne mal einen Daumen da, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und für alle Leute, die sich Need for Speed holen möchten, checkt den Link zu meinem Partner Instant Gaming aus und könnt euch auf jeden Fall günstige Game Keys besorgen und dann halt dementsprechend das Spiel dann easy peasy spielen. Nur damit ihr bescheuert wisst. Ich würde sagen, vorerst mal genug gequatscht Freunde, starten wir direkt mit dem eigentlichen Video. Let's go! So Leute, fangen wir auf jeden Fall als allererstes mal mit den Bereichen an, was Geld angeht und zwar wie ihr am besten und am einfachsten an Geld kommen könnt. Und da gibt es auf jeden Fall einige Methoden, aber es gibt so ein paar, die ich persönlich einfach feiere und die man auf jeden Fall ganz easy durchführen kann. Und zwar Freunde, würde ich mal zum simpelsten kommen und zwar die ganze Zeit dieses Rennen hier fahren. Viele von euch haben dieses Rennen nicht, also ich werde natürlich für jeden Version zeigen, also nur damit ihr Bescheid wisst. Es gibt hier genug Versionen, ihr könnt es machen, wenn ihr High Level seid, Low Level seid, kein Problem. Und zwar haben wir hier dieses Rennen, Freunde, und zwar Resortstrecke. Das ist hier beim Raceway und es gibt halt da zwei Rennen, je nachdem welches Level ihr seid. Ihr seht, die Preise unterscheiden sich natürlich. Und ihr habt hier auf jeden Fall die Möglichkeit, dieses Rennen zu fahren. Jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, Freunde, dass wir dieses Rennen fahren, wenn wir erster Platz werden, bekommen wir hier 53.000 und noch ein bisschen mehr. Und das Ding ist jetzt aber, wenn wir dieses Rennen zweimal fahren, dann haben wir ein Problem. Und zwar, wir bekommen nicht mehr das volle Geld, beziehungsweise das Geld geht runter, was ja normal ist. Das wäre ja theoretisch gesehen boosten. Da gibt es zwei Varianten. Einmal gibt es eine Variante. Wenn ihr dieses Rennen zu Ende gefahren habt, könnt ihr zu eurer Garage einmal reingehen, Nacht gehen, dann wieder am Tag rauskommen, wieder hierher kommen und wieder das Rennen erneut fahren und wieder ein bisschen Geld dazu verdienen. Wenn das dann aber nicht mehr funktioniert, das heißt, das Geld immer noch weiterhin runter geht, dann kann ich euch nur eine Sache empfehlen. Ihr geht hin und schließt einfach einmal das Spiel und startet es neu. Ihr könnt auch in den Offline-Modus gehen, dann wieder in den Online-Modus, indem ihr einfach die Netzwerkverbindung trennt. Dazu geht ihr einfach auf Einstellungen, Netzwerk und trennt dann die Internetverbindung. Einmal geht wieder in Need for Speed und macht sie wieder ran. So funktioniert das Ganze auch. Ihr werdet nämlich rausgeworfen, geht da nochmal rein und müsst nicht immer wieder das Spiel neu starten. So bekommt ihr auch weiterhin das ganze Geld, was dann bei den Rennen steht. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit dem Level. Aber wenn ihr jetzt davon ausgeht, dass ihr jetzt aktuell, sagen wir mal, nicht so krasse Wagen habt oder dieses Rennen da nicht verfügbar ist, dann habe ich eine weitere Version für euch, wie ihr auch weiterhin Geld verdienen könnt. Dazu müssen wir aber in eine andere Location und zwar vorne zum Containerhafen. Und dieser befindet sich hier drüben in Port Murphy. Und ja, also genau hier, um genau zu sein, ich würde sagen, ich reiße mal da hin und zeige euch mal ganz genau, wie das Ganze dort funktioniert. Hierbei ist es auch einigermaßen wichtig, dass ihr ein schnelles Auto habt. Es muss jetzt nicht das schnellste Auto sein, aber Hauptsache das Auto hat etwas drauf. Ich werde euch auch auf jeden Fall gleich nochmal erklären, wie ihr am besten vorangehen solltet, um am besten und am schnellsten an die guten Autos ranzukommen beziehungsweise einfach nicht mit so einem Müllwagen oder so rumzufahren. Und ihr seht schon selber, Freunde, wir sind jetzt gerade hier beim Containerhof und dort gibt es einen bestimmten Jump. Und den könnt ihr immer und immer wieder machen. Und es ist eigentlich ganz simpel. Ihr müsst eigentlich nur so ein einigermaßen schnelles Auto nehmen, müsst dann halt diese Rampe hier benutzen in der Mitte, zack, gibt dann am besten hier nochmal Nitro und macht diesen Sprung hier. Und erhofft euch natürlich, dass ihr drei Sterne bekommt. Und wenn ihr zwei Sterne bekommt, kriegt ihr 5000, bei drei Sternen kriegt ihr 7000 Dollar. Ich sag mal so, wenn ihr jetzt kein schnelles Auto habt, Freunde, dann schafft ihr easy zwei Sterne. Wenn ihr aber ein schnelles Auto habt, wie ich jetzt, dann sollte es eigentlich gar kein Problem sein, dass ihr hier drei Sterne schafft. Und man schafft hier pro 15 Sekunden, 20 Sekunden, einen Jump auf jeden Fall, ohne Probleme. Und ihr seht selber, Freunde, zack, 7000 Dollar erhalten. Schnell wieder umdrehen. Und dann könnt ihr erneut springen. So, ich würde sagen, so 15 bis 20 Sekunden pro Jump. Oh, 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 Freunde, äh, da war ich kurz blind. Das heißt, jede 100 Sekunden 60.000, äh, 100 sag ich, 200 Sekunden, 60.000 Dollar ungefähr, Pi mal Daumen so. Plus, minus, paar Sekunden und Minuten natürlich, ne. Und ihr seht selber, es ist auf jeden Fall ganz easy. Das sollte eigentlich gar kein Problem darstellen. Den Jump machen, umdrehen, am besten nicht so, wie ich gegen hier so eine Wand fahren oder so. und immer wieder den Jump einfach wiederholen. Und ihr bekommt jedes Mal, egal wie oft ihr das macht, 7000 Dollar. Warum wir das hier an der Stelle machen? Weil hier gibt es keinen Verkehr, hier gibt es gar keinen Stress. Wir können das einfach ohne Probleme durchführen und haben gar keinen Kopfick. Und so kommt ihr auf jeden Fall auch gut an Geld. Und wie gesagt, wenn ihr ein langsames Auto habt, soll das auch gar kein Problem darstellen. Mit, ähm, zwei Sternen kriegt man da 5000 Dollar. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr das gut durchzieht. Wenn ihr da jetzt eine Stunde dran hockt, könnt ihr da easy 1 bis 1,5 Millionen euch ergattern. Und es ist auf jeden Fall wirklich nicht schwer. Wie gesagt, ihr braucht eigentlich nur ein etwas schnelleres Auto. Und wenn ihr ein langsames habt, müsst ihr mal schauen, ob ihr einfach zwei Sterne schafft. Soviel auf jeden Fall zu dem Trick hier. Das könnt ihr natürlich an unterschiedlichen Locations machen. Je nachdem, wo ihr das am besten findet. Aber meiner Meinung nach ist es hier am Containerhafen. Am besten einfach durchführen. So, jetzt gehen wir mal weiter, Freunde, zu dem nächsten Tipp. Und zwar, wie ihr schnell an Rep kommen könnt. Und dazu, Freunde, müssen wir in die Innenstadt. Das ist jetzt ein Tipp für die bisschen Besseren unter euch, die auch schon Erfahrung haben, mit von der Polizei abhauen. Aber ich werde euch gleich nochmal einen Tipp zeigen, wie ihr das am besten macht, wenn ihr nicht so viel Erfahrung habt, um von der Polizei abzuhauen. Und wenn ihr vielleicht sogar neu am Start seid. Moment. Einfach ein bisschen chill. So, Leute, wir sind jetzt hier an der nächsten Location. Und wie ich bereits gesagt habe, das befindet sich jetzt hier in Downtown. Ihr kommt jetzt ungefähr an die Location hier. Und ich werde euch jetzt ganz genau zeigen, was ihr machen müsst, um hier auch richtig fett Geld theoretisch zu gewinnen. Aber das ist eher für die Nacht gedacht. Deswegen switchen wir mal jetzt zu der Nacht. Denn wir wollen hiermit mit diesem Trick am besten Level machen und gut halt vorankommen. So, und zwar, Freunde, gibt es hier einen Jump, den ihr machen könnt. Das ist für die, die ein bisschen weiter fortgeschritten sind und natürlich hier auch Bock drauf haben. Hier diesen Jump, Freunde, ihr seht. Zack, easy peasy. Volle Sterne erhalten. Und dann geht ihr einfach wieder hierher, dreht ihr schön wieder um und gibt wieder volle Pulle und könnt dann wieder den Jump machen und kriegt dann halt dementsprechend wieder Belohnung. Zack, easy. Drei Sterne, Freunde. Das ist wirklich ganz einfach. Kommt dann wieder hierher, dreht wieder schön um, gibt wieder Vollgas und umso mehr Heat-Stufen ihr habt, umso mehr bekommt ihr natürlich dafür. Deswegen ist es wichtig, dass ihr hier einfach gut Heat-Stufen bekommt. Wenn ihr hohes Level seid, kriegt ihr die ja sowieso ohne Probleme. Ganz easy peasy. Und wenn ihr sowieso ein schnelles Auto habt, was einigermaßen abgeht, könnt ihr hier einfach easy peasy, volle Pulle durchheizen. Nehmt am besten Nitro mit, Freunde, dass ihr das Ganze hier immer auf drei Sterne pusht. Und ihr seht selber, das geht wirklich richtig, richtig schnell und ist auf jeden Fall einer meiner Favorite-Tricks. Und hier muss man aber sagen, Freunde, hier muss man sich natürlich ein bisschen schon auskennen, weil hier kommen halt die Polizei und dann wird es natürlich brenzlig. Also wenn die Polizei hier ist und ihr das Ganze dann macht, dann wird es natürlich hier ein bisschen stressig. Die Polizei sitzt euch im Nacken und wenn ihr hier dann halt fünf Sterne macht, dann müsst ihr auch irgendwie gut abhauen können. Und da gibt es halt ein paar Tricks, die ihr nutzen könnt. Am besten, wenn ihr jetzt halt viele Bullen oder so am Hals habt, dann macht ein paar Jumps oder so, springt hier über diese Schanze, so dass die einfach crashen. Oder, Freunde, ihr macht es folgendermaßen, genauso wie ich. Ihr fährt nämlich hier zu, also diese Bahnstrecke entlang hier oben und versucht dann am besten einfach mit einem Jump hier oben drauf zu landen. Also jetzt nicht von der Seite aus natürlich, sondern von dieser Seite aus und landet dann oben auf der Bahn und wenn euch dann die Polizei jagt, könnt ihr da dann einfach stehen bleiben und ihr entkommt, weil die Polizisten da ja nicht hochkommen. Das zeige ich euch jetzt auch einmal ganz kurz. So, zack. Nehmt diesen Jump, Freunde, kommt hier nach oben, solltet auf jeden Fall auf der linken Seite bleiben, nicht so wie ich jetzt hier rechts vorbeifliegen. So, noch ein Versuch. Vielleicht klappt es jetzt ohne Probleme. Zack, gerade halten. Hier hoch springen und hier oben anhalten. Und das macht ihr aber nur, wenn ihr so Ruit 5 seid und die Bullen euch wirklich krass am Nacken sitzen. Wichtig ist, wenn ihr diese ganzen Tricks macht, Freunde, macht es in Solo-Lobbys. Das ist am einfachsten. Ich bin jetzt in einer Open-Lobby und ihr seht, hier sind sehr viele Polizisten unterwegs und in einer Solo-Lobby ist nicht mal ansatzweise so viel drin. Und wenn ihr halt die 5 seid, einfach hier hochkommen, dann entkommen die Bullen, weil sie euch nicht jagen können. Falls da steht Verhaftung, fahrt einfach immer ein bisschen weiter vor, wieder zurück oder so, um die dann abzuhängen, ohne Probleme. Und jetzt werde ich euch auf jeden Fall einen Trick zeigen, der für alle da draußen gilt und den auch schon vielleicht die ein oder anderen von euch kennen. Aber, Freunde, das ist meiner Meinung nach die beste Methode, easy an Level zu kommen und natürlich auch an Geld für die Leute auch, die vielleicht eventuell gerade im Moment nicht viel haben. Und dazu müssen wir zum Raceway, Freunde. Deswegen kurzer Cutter an der Stelle und wir treffen uns beim Raceway wieder. Wichtig ist, Freunde, wenn ihr an Rap kommen möchtet, also hier an Level, dann ist es sehr wichtig, dass ihr am besten immer Heat-Stufen euch gönnt. Wenn ihr jetzt über Level 30 seid, aber ihr wollt Level 50 werden oder so, dann kann ich euch das Rennen am Raceway empfehlen und zwar fliegende Holländer. Das macht ihr einmal, also das fährt ihr, das ist eigentlich nur ein geradeaus Rennen, also ihr gebt immer Vollgas, müsst nicht oft um die Kurven fahren oder so und habt da gar keine Struggles. Eineinhalb Minuten mit einem schnellen Auto ist das easy gemacht und ihr seid direkt Heat 3. Das kann ich euch auf jeden Fall auch nochmal gerne zeigen, so als kleiner Tipp nebenbei. Und immer bevor ihr den folgenden Trick anwendet, den ich euch jetzt gleich zeige, solltet ihr auch diese Methode anwenden mit dem fliegenden Holländer, weil ihr dann direkt schon Heat 3 seid und wenn ihr vielleicht nicht so ein hohes Level seid, dieses Rennen nicht habt oder so, dann fragt einfach mal einen Kollegen, ob ihr das nicht hosten kann. Das ist das fliegende Holländer Rennen, befindet sich genau hier an der Location, wie ihr sehen könnt und wir können das easy peasy starten ohne Probleme. So, ihr könnt es sehen, fliegende Holländer. Davor gibt es hier nochmal, also auch unterschiedliche Rennen, unterschiedliche Geschwindigkeiten und wir starten das Ganze mal, wir bekommen hier auch noch gut R mit und am besten immer Solo spielen, keinen Stress haben und schön das Ganze mitnehmen. Also wir bekommen hier theoretisch gesehen 30.000 R, haben Heat Stufe 3 und können dann nochmal in den Raceway und noch ein bisschen XP machen. Der Raceway, meiner Meinung nach, ist am besten gedacht für XP machen, für Geld lohnt es sich meiner Meinung nach nicht, deswegen solltet ihr das Ganze auf jeden Fall wie ich machen und das auch so befolgen, wie ich es euch zeige. Weil, Freunde, man hat auch, wenn man den Raceway Trick anwendet, am wenigsten Stress, am wenigsten Kopf fickt, denn es funktioniert dort am leichtesten und ohne Probleme meiner Meinung nach. Also, das werde ich euch alles gleich nochmal zeigen und ich werde euch am Ende des Videos natürlich noch die beste Strategie vorstellen, wie ihr am besten und am schnellsten natürlich auf Level 30 kommt und ein Baba Wagen habt und damit dann auch natürlich Spaß haben können und ohne viel Geld auszugeben, ihr könnt dann euer Geld die ganze Zeit sparen und könnt es dann dementsprechend, wenn ihr dann Level 50 seid, also Maximum Level, könnt ihr es dann halt in die guten Autos reinstecken, so wie ich es getan habe. Und ihr seht selber, das Rennen ist ganz easy, man muss fast nur geradeaus fahren, gar keinen Stress und es ist auf jeden Fall ein einfaches Rennen. Wenn ihr es natürlich auf die Spitze treiben wollt und ihr zwei, drei Kollegen noch mit dabei habt, dann fragt ihr einfach, ey, Digger, kannst du hier in das Rennen kommen und mich gewinnen lassen? Dann, Freunde, könnt ihr natürlich euch gewinnen lassen, ihr bekommt bis zu 40% mehr Rap, das heißt, statt 30.000 kann es auf jeden Fall schon mal bis 40.000, 50.000 hochsteigen und es schmeckt auf jeden Fall. So, Freunde, easy, Rennen zu Ende gefallen, 1,50 und achtet auf meinen Heat jetzt, wenn ich durch war, Freunde, so, beendet und jetzt achtet auf das Heat. So, lade mal schneller, zack, Heat 3, direkt 50.000 Rap, Freunde, direkt, ganz easy peasy und jetzt, wie ich bereits vorhin gesagt habe, einfach hier zum Raceway fahren. Ich muss auch sagen, Freunde, wenn ihr jetzt den Trick bei Raceway anwendet, muss man auf jeden Fall schon ein bisschen Übung drin haben, man muss auch wissen, wie man die Bullen abwimmelt, aber das werde ich euch alles gleich nach und nach erklären. So, Freunde, wir sind jetzt hier am Raceway, wir gehen dann dementsprechend hier einfach easy peasy rein, so, zack. So, nun, wenn wir drin sind, Freunde, gibt es unterschiedliche Versionen. Entweder, ihr habt einmal, ach, ich zeige es euch am besten, ganz easy, so, zack. Ihr geht auf Aktivitäten, okay? So, Moment, das wird mir jetzt nicht angezeigt, weil ich einen Unfall gemacht habe. So, Aktivitäten. Entweder, Freunde, ihr benutzt diesen Jump hier, wenn ihr das noch nicht freigeschalten habt oder euer Auto nicht schnell genug ist, also, wenn euer Auto nicht schnell genug ist, dann benutzt ihr die Rampe, da schafft ihr immer zwei Sterne mit ein bisschen Tuning und ihr seht, pro Jump, 1600, wenn ihr es auf drei Sterne bekommt und hier eben so. Ich zeige euch das Ganze mal. Wo sich das befindet, wie es denn überhaupt ausschaut. So. Ihr baut nämlich Geschwindigkeit auf. Kommt dann hier von der Kurve, gebt hier ein bisschen Gas und baut halt einfach die Geschwindigkeit auf. Ihr müsst einfach so gut Geschwindigkeit holen wie möglich. Dann werde ich euch das natürlich jetzt langsam zeigen und natürlich auch erklären, damit ihr da gar keinen Kopf fickt habt oder so und natürlich auch gut mit klarkommt. Also, ihr fahrt hier um die Kurve, dann müsst ihr euch entscheiden, fahre ich jetzt links oder fahre ich rechts? Links seht ihr einen Jump, rechts seht ihr einen Speedway. Hier haben wir beispielsweise einen Kollegen, Freunde. Ihr seht selber, ist irgendein Random. Keine Ahnung, was ihr hier drin macht. Versucht vielleicht von Bullen oder so abzuhauen, aber auf jeden Fall. Wenn ihr rechts die Speed Trap nicht habt und euer Auto nicht schnell genug ist, benutzt ihr diesen Jump hier. Beim Jump fährt ihr am besten genauso wie ich, also mit hoher Geschwindigkeit und zieht dann so spät wie möglich hier rüber und nimmt den Jump dann genauso wie ich. Hauptsache, ihr kommt über zwei Sterne. So, dann aber, Freunde, gibt es nochmal hier diese Speed Trap. Hier kommt ihr mit sehr guter Geschwindigkeit an, fährt hier einmal durch und lasst euch blitzen. Wenn ihr hier auch zwei Sterne schafft, Freunde, kriegt ihr auch eine gute Menge an Rap und ansonsten macht ihr den Sprung, wenn ihr da nicht auf zwei Sterne kommt. Wenn ihr natürlich auf drei Sterne kommt, ist es das Idealste. Wenn ihr nämlich Heat 5 seid und einmal durchfährt, bekommt ihr 9000 Rap pro Durchfahrt. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach übertrieben krass und richtig geil. Ich werde es euch mal zeigen, Freunde, so, damit ihr so einen kleinen Überblick habt, so wie das ist. Einmal hier durch die Speed Trap erstmal. Hauptsache, ihr seid hier über 274 kmh, dann bekommt ihr nämlich drei Sterne. Ihr seht, ich bin Heat 3, bekommt 5000 Rap pro einmal durchfahren. Und das ist natürlich mega geil, kann man sich auf jeden Fall gönnen und natürlich auch damit blicken lassen. Jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz den Sprung, damit ihr so Bescheid wisst, wie ich hier immer fahre. Ihr solltet auch am besten immer versuchen, Ideallinie zu verwenden und Freunde, wenn ihr natürlich Nitro euch benutzt Nitro bei den ganzen Jumps, dann kommt ihr auch easy auf drei Sterne. So, zack, 5500 R wieder und ihr seht selber, Freunde, es ist auf jeden Fall ganz easy. Diese Methoden, also hier diese Raceway Methode, habe ich gerne zum Leveln benutzt, denn wenn ihr jetzt hier fünf Heat habt und hier viele Polizisten sind, dann ist es ganz easy abzuhauen. Denn ihr fährt so lange einfach hier um den Kreis und benutzt die Rampe. Also wenn euch die Bullen auf den Sack gehen, müsst ihr die ganze Zeit die Rampe benutzen, weil die Bullen versuchen dann über die Rampe zu springen und fahren dann immer gegen die Rampe daneben, fahren auf der Rampe irgendwo dagegen, verletzen sich, ihr Auto wird dann unbrauchbar und so wimmelt ihr die Cops easy ab. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ihr entkommen seid, Freunde, dann zeige ich euch, wie ihr am besten hier raus verschwindet und am schnellsten zu eurer Garage geht. So, und zwar hier beim Raceway, also hier genau, wo man springen kann, springt ihr nicht, sondern fährt ihr hier schnell runter, Freunde, geht dann hier einmal raus und fährt direkt zu eurer Garage. Wichtig ist, dass euch kein Polizist sehen sollte und falls euer Auto beschädigt ist, könnt ihr auch dort sogar zur Garage fahren. Jetzt habe ich hier die Kreuzung verpasst, Freunde. Also es ist auf jeden Fall ganz entspannt, man kann hier sehr viele Methoden und Tricks und Tipps anwenden, meiner Meinung nach und was ich euch jetzt empfehlen kann, wie ihr es am besten durchzieht und was ihr am besten macht. Jetzt an der Stelle auf jeden Fall ein kurzer Spoiler, jeder, der die Story noch nicht durchgespielt hat, nur fürs Protokoll, also ich zeige euch nicht, was da passiert, sondern welches Auto ihr bekommt, und wenn ihr die Story abgeschließt habt, nur damit ihr Bescheid wisst, ja? So Freunde, ihr seht selber, also ihr seht selber, 167.000 Rap, während ich mit euch hier geredet habe. Also wenn ihr ein schnelles Auto habt, könnt ihr easy hier Money machen. Ihr seht, ich habe über 16 Millionen Rap schon verdient und ihr braucht 4 Millionen, um Level 50 oder so zu kommen. Das ist schon krass. Und wenn ihr über eine Million Rap habt, Freunde, dann bekommt ihr so eine Trophäe. Ich bin auch schon fast Platin, mir fehlt nicht mehr viel, Freunde, dann habe ich Need for Speed Platin, das ist gerade mein Ziel, bin ich gerade voll fokussiert und mache das Ganze gerade hier auf Platin, ihr seht selber, 92% schon. Auf jeden Fall, Freunde, würde ich euch empfehlen, ihr macht genau das, was ich gesagt habe, ihr macht, also ihr macht diesen Glitch hier, oder was heißt Glitch, diesen Trick, bis Level 15. Dann gradet ihr euer Auto ab, was ihr aktuell habt. Welches Auto ihr fährt, ist egal, das ist, was ihr halt am Anfang ausgewählt habt. Das heißt, ihr macht das bis Level 15, dann spielt ihr die Story Mission. Die Story Mission ist diese eine Dame, die Rivera da, die, ich weiß nicht mal genau, wie die heißt, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, das ist dieser rote Punkt auf der Karte, die, äh, eine Dame. Die müsst ihr spielen, später kommt noch der Lucas, also zu Lucas und zu Rivera, müsst ihr die ganze Zeit gehen und könnt dann easy peasy die Story Mission spielen. Also bis Level 15 macht ihr diesen Trick, dann macht ihr alle Missionen, bis es nicht mehr geht, dann macht ihr Level 20, macht alle Missionen, bis es nicht mehr geht, dann, Freunde, werdet ihr von Level 20 direkt Level 30 und dann spielt ihr alle Story Missionen. Nach Level 30 könnt ihr nämlich die Story zu Ende spielen und dann bekommt ihr diesen Wagen hier im Hintergrund. Den könnt ihr dann easy freischalten, den nehmt ihr dann auch am besten, denn der ist ideal für Rennen und für Gutleistung. Ihr lasst den Motor so drin, wie er ist und versucht natürlich so gut wie möglich alles aufzupuschen. Wichtig ist, dass ihr hier als Fahrwerk das Streckenfahrwerk nehmt, dann natürlich hier Streckenreifen und hier das Differenzial auch Strecke ist, so damit ihr sehr guten Grip auf dem Boden habt und dass ihr gar keine Probleme habt. Nehmt am besten auch noch Reparatur-Kits mit, wenn euch die Polizisten rammen und ihr natürlich an Leben verliert und nehmt auch Schadensreduktionen mit. Das sollte euch auf jeden Fall am besten helfen und das ist meiner Meinung nach das beste Fahrzeug, was man für den Anfang haben kann. Danach, wenn ihr den Wagen habt, macht den Glitch, bis ihr Level 50 seid und wenn ihr Level 50 seid, dann stehen euch alle Sachen offen. Ihr könnt euch alle Sachen hier gönnen, kaufen, macht dann den Money-Trick, den ich euch gezeigt habe mit dem Springen, kommt da easy an Geld oder das mit den Rennen und ja, dann kommt die easy peasy da an Money. Ihr könnt dann auf jeden Fall auch dicke, fette Autos euch gönnen, die nach und nach natürlich auftunen und ja, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das Beste, was ihr machen könnt. Wir können auch so eine Garagentour demnächst machen. Ich habe auch sehr viele Autos, 24 Stück oder so, kann ich euch alle mal zeigen irgendwann. Wenn euch das natürlich hier gefällt, was ich euch gezeigt habe und wenn ihr Bock drauf habt, ich persönlich habe Bock drauf, spiele Need for Speed gerade aktuell so privat nebenbei. Immer mal wieder so einmal in der Woche, zweimal in der Woche kann ich ja gerne ein Need for Speed-Video für euch raushauen und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Schreibt eure Meinung mal gerne unten in die Kommentare, Freunde, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr diese Tricks kanntet, ob es euch geholfen hat, hier gut an Cash zu kommen oder, oder, oder und dann würde ich mich jetzt hier an der Stelle verabschieden. Mehr gibt es davor erstmal nicht zu sagen. Ich würde dann sagen, von der Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017